Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Nach zwei Jahren Sanierungsphase konnten wir heute unser Jugendzentrum wieder eröffnen und wir tun das mit der allergrößten Freude, weil es ein Jugendzentrum ist, was für uns und für die Jugendlichen unendlich viele Möglichkeiten bietet. Es ist ein sehr, sehr schönes Gebäude geworden, das wir mit Freuden jetzt eröffnet haben. Also besonders ist, dass die Kinder und Jugendlichen hier neuen Platz, neuen Raum bekommen, im Spielehaus ein tolles Angebot vorfinden, die Jüngeren und die Älteren hier im Jugendzentrum Molke Freiraum erleben können, Raum haben, chillen und das mitten in der Stadt, in neu renovierten Räumen dann in der Molke, die viele Häfler schon von früher kennen, einfach ein tolles und klasse Jugendzentrum, das entstanden ist. Ja, das Spielehaus ist ein ganz aktives Haus, das sieht man auch hier, man kann die unterschiedlichsten Dinge tun, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitern, es ist ein Treffpunkt, man kann Freundschaften schließen und man kann wirklich einen unvergesslichen Tag hier erleben. Ich mag das Spielehaus, weil hier kann man alles Mögliche spielen, da gibt es einen Kunstraum und so weiter. Ich finde das Spielehaus ja richtig cool, da oben kann man ja auch was zunehmen und da kann man auch was spielen und hier. Ja, dass man hier so viel machen kann und so viel selber bauen kann. Und das Spiel hier und dass man einfach so alle Spiele hier machen kann. Ja, es ist mehr Raum, es gibt mehr Möglichkeit für die Jugendlichen das Gebäude auch selber zu nutzen, teilweise unabhängig von uns. Wir haben zum Beispiel Bandproberäume im Keller, die belegt werden können. Wir haben Tanzräume, die unabhängig von uns genutzt und belegt werden können. Wir haben die Diskothek im Keller, die vermietet werden kann. Ja, wir haben viele Werk- und Aktionsräume, die allerdings dann mit uns Mitarbeitern und unter Anleitung genutzt werden. Und wir haben noch sehr, sehr viele Räume, die zusammen mit den Jugendlichen gestaltet werden können. Es ist der Hammer geworden. Das ist wie ein Paradies für uns. Alles ist nagelneu. Besser geht nicht. Besser geht nicht.